Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute der Abend, heute bin ich da für euch in The War of In unterwegs und zwar heute will ich so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es einmal um ein Achievement, das wir finden können unter Quests und dann War of In. Und hier haben wir das Achievement in die Zukunft investieren oder investieren ist so ein kleiner Wortwitz, kriegen wir jetzt nicht besser hin. Und ja, was müssen wir dafür machen? Schließt die Quest die Entschlossenheit des Viziers in Ashka-Head ab. Und dafür brauchen wir erstmal eine Rufstufe, dafür brauchen wir nämlich beim Visier eine Stufe von 7 von 9. Das ist hier Helfershelfer, die braucht ihr und sobald ihr die habt, könnt ihr eine neue Quest annehmen. Und diese Quest ist einmal quasi in Ashka-Head und dann hier unten in der Stadt der Fäden, hier in dem zentralen Gebäude auf den Koordinaten 52, 47. Die wird euch auch nicht wirklich angezeigt, also ich habe die jetzt gerade durch Zufall hier gefunden, dass die genau auf dem Spot ist. Und die kriegt ihr von Exekutor Nisrek. Das sind drei Quests und wenn ihr diese drei Quests erledigt habt, habt ihr euer Achievement. Mehr ist es nicht. Ich spoiler euch jetzt diese Quests nicht großartig. Ich sage nur eins, in einer der ersten Quests müsst ihr Assassinen suchen, die sind auf den Dächern. Ich habe mich dumm und dämlich gesucht, die sind unsichtbar auf den Dächern, also schaut immer nach oben und fliegt zu denen hin und versucht nett unten ins Gebäude rein, sonst geht es euch wie mir und ihr sucht euch da dumm und dämlich. Genau, ist eine Sache von 5 Minuten, wenn ihr das mit den Assassinen wisst. Genau, also ihr braucht halt den Ruf und dann Quests annehmen, drei Quests und dann habt ihr das Ding einmal abgeschlossen. Jutji, das war es eigentlich soweit mit dem Achievement Guide. Jetzt laufe ich noch kurz raus, dass ich euch zeige, wo wir genau sind, wo ich das angenommen habe. Also, jetzt fliegen wir mal hoch. Hier ist das zentrale Gebäude und da drin hockt der Kollege. Genau. Jutji, dann sind wir durch. Ich drücke euch die Daumen, dass das bei euch schnell geht und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao. Ciao.